Stadtreinigung. Tagebuch einer Auslösung. Roman von August May. Berlin, Frühsommer 2093. Paul wird noch gebraucht. Paul B. ist Programmierer. Sein Fachgebiet ist das digitale Erkennen und Interpretieren von menschlicher Körpersprache, selbstverständlich in der Anwendung für die künstliche Intelligenz. Er war Teilnehmer eines dreitägigen Symposiums. Unterschiedlichste Fachleute waren geladen, um ihre Kenntnisse, ihr Wissen, ihre Forschungsergebnisse vorzustellen. Behavioristen, Psychologen, Biologen, Neurologen, viele Programmierer, IT-Freaks, auch Hardware- und Implantatentwickler tauschten sich aus. Das immer noch mit hoher Geheimhaltungsstufe geschützte Projekt hat zum Ziel, das bereits vorhandene Überwachungssystem aufzurüsten und dieses in die Lage zu versetzen, durch Lesen von Körpersprache, Ausdünstungen, Pupillenbesonderheiten, jede Person, die etwas Gewalttätiges im Schilde führt, sei es häusliche Gewalt, Kriminalität bis hin zum Terroranschlag, jederzeit und überall im Privaten und in der Öffentlichkeit zu erkennen und außer Gefecht zu setzen. Das soll der Quantensprung zum Weltfrieden werden. Und Paul B. gehört zum Team. Er war den Organisatoren damals aufgefallen, angesichts seiner erfolgreichen Arbeit am Projekt Sanktionen bei Übergewicht von Wohngeldempfängern, jawohl. Das waren kreative Tage in Berlin. Es war sehr spannend, mit den anderen Sparten des Projekts zusammenzutreffen und es sind sehr coole Leute dabei gewesen. Naja, und am letzten Abend, nach den Abschlussvorträgen, kamen da halt Jamal, Pjotr und Björn auf ihn zu mit diesem Geheimtipp. Man könne doch nicht so aus Berlin abreisen, ohne feiern gegangen zu sein. Das ist schon seit einer Ewigkeit so. Das war sogar im letzten Jahrtausend schon so. Am ersten Tag. Die Wegfunktion plarrt gnadenlos »We will rock you«. Paul hasst diesen blöden, uralten, aber unverwüstlichen Song, der andere neben Bicycle-Blöde, uralte, unverwüstliche Song, der oft, aber auch genialen Band aus den 1970er Jahren des letzten Jahrhunderts, mit diesem großkotzig anmaßenden Namen Queen. Damals, in den 1970ern, gab es noch Monarchien. Unsinnigerweise, neben sogenannten Demokratien, ohne Daseinsberechtigung, unsummenverschlingend aus Kitz und blöder Nostalgie. Heute gibt es Königin nur noch im Schach- und im Bienenzuchtbetrieben und in den Ameisenhaufen unter Plexiglas im Naturkundemuseum. Ja, aber schon erstaunlich, dass diese über hundert Jahre alte Musik immer noch gehört wird. Warum nicht? Mozart wird jetzt schon dreieinhalb Jahre lang gehört. Jedenfalls funktioniert beim Wecken natürlich die Taktik, einen Song-Refrain zu wählen, der richtig nervt, der möglichst nach ein paar Takten weggedrückt werden muss. »Aus«, Paul flucht und schimpft leise vor sich hin. Er ist aus der Tiefschlafphase geplärrt worden. »Wir, wer, will ihn verdammt noch mal rocken? Warum?« Das Gehirn versucht, durch die von verschiedenen Substanzen verschmierten Windungen sein Startprogramm hochzufahren. Zäh kommen erste Bilder von der wilden Nacht. Dann aber auch Mahnungen von zeitnahen Verpflichtungen, die da unter anderem wehren. Abflug zurück nach Manchester, 10.45 Uhr, Tegel, mindestens zwei Stunden vorher einschickt, grauenvoll. Alles streikt, der Kopf, oh Mann, und der Körper erst recht, aber es hilft ja nichts. Jetzt ist es von Vorteil, dass das Formula One-Hotelzimmer nur sieben Quadratmeter groß ist, denn Paul erreicht, ohne wirklich sich vom Bett erheben zu müssen, das Display für den Bestellaufzug. Und er ordert einen doppelten Espresso mit Zucker, ein Multivitamin-Smoothie und ein Croissant. Das Display zeigt 197 Sekunden als Lieferzeit an und Paul lässt sich noch mal in einen Restschlafmodus fallen. Er muss nicht einmal die Weckerschlimmerfunktion reanimieren, denn er weiß, dass die Ankunft des kleinen Frühstücks lautstark genug vermeldet werden wird. So viel hat sein verkaterter Verstand immerhin schon begriffen und organisiert bekommen. Die Tonfolge und der Sound des elektronischen Gepiepses der Aufzugtür ist nur unwesentlich weniger nervtötend als der Wecker, aber immerhin kündigen sie die Verlockung einer heftigen Koffeinaufmunterung, einer Vitamininfusion und magenberuhigender Kohlenhydrate an. Durch das Öffnen der Glastür strömt die entsprechende Duftwolke ins fensterlose, äußerst pragmatische Übernachtungsloch. Paul schließt genießerisch die Augen und dann erledigen Kaffee, Smoothie und Croissant den erhofften Dienst, wenn auch mit Abstrichen. Der Smoothie ist vermutlich aus Tiefkühlobst, der Espresso zu lang und zu bitter, aber dass die Hotelkette einmal in Frankreich, als es noch Frankreich gab, gegründet wurde, erklärt heute noch diese miese Kaffeekultur, aber auch die unfassbar großartige Qualität des ofenwarmen Croissants. Weil die Zeit drängt, knickt sich Paul die Zigarette, für die er sich auf den extra ungemütlich gehaltenen Raucherbalkon ohne Sitzgelegenheiten hätte bemühen müssen, welcher auf jedem der 48 Stockwerke stiefmütterlich existiert. Das Taxi wartet natürlich. Paul, der viel reist, freut sich immer noch, dass jegliche Verspätung abgeschafft wurde, seit der innerstädtische Verkehr komplett Satellitenüberwacht, Rechner gesteuert und von künstlicher Intelligenz organisiert wird. Er hat sich dieses Mal ein fahrerloses Shuttle bestellt. Manchmal hat man einfach keinen Bock auf Gequatsche. Ja, gestern Nacht, besser gesagt heute Morgen, fand er es lustig, dem Taxifahrer, der ja nicht mehr fahren, sondern nur Fahrgäste unterhalten, amüsieren oder einfach nur ihnen zuhören muss, brühwarm von dem geilen, illegalen Club zu erzählen, von dessen intelligente Abschirmung, welche das Implantat komplett unleserlich macht, wo man einfach für Stunden verschwunden ist und das System nichts nachvollziehen kann, nichts, nicht den Drogenkonsum, nicht die Drinks, nicht den Schweinkram mit den leichten schönen Mädels. Das schlaue System des Clubs spielt dem großen System vor, dass man brav ein paar stinkteure Gänge veganes Superfood verdrückt und dazu überteuerte alkoholfreie Cocktails geschlürft hat. Der schwindende Kontostand braucht ja schließlich auch eine nachvollziehbare Begründung. Nein, es ist keine Gefahr, dem Fahrer davon vorzuschwärmen. Erst einmal kennt jeder Taximann sowieso diese Clubs. Und außerdem gibt es einen Taxifahrer-Schweige-Gelübde, wie früher bei Kirchenmännern, denen man die Wahrheit sagen sollte über eigene Schlechtigkeiten und fiese Matenten, sei es Vergewaltigungen, Kinderfickereien oder sogar Mord, damit Gott einem verzeiht, was dieser wohl auch immer tat. Paul kennt das aus alten Mafia-Filmen. Hieß das nicht Beichten oder so? Jedenfalls würde es das Ende jedes Taxiunternehmens sein, wenn diese Beichten irgendwo auf einer Plattform auftauchen und dort die Runde machen würden. Jetzt sitzt Paul in diesem Shuttle und denkt an den kokslastigen Abend. An die zwei Escort-Models, mit denen er so einen Spaß hatte und es ihnen dann so hammermäßig besorgt hat. Die beiden waren eigentlich viel zu hübsch, sympathisch und klug. Um nur so benutzt zu werden, denkt er, schade. Eigentlich hätte Paul so ein Mädchen gern zur Freundin. Aber warum trifft man solche nicht im normalen Leben? Jetzt wird er geradezu melancholisch. Nein, sogar richtig traurig und wird sich seiner häufigen Einsamkeit mehr als bewusst. Doch plötzlich, während er sich verkatert, diesen Gedanken hingibt, passiert etwas Eigenartiges. Das Taxi-Shuttle bleibt stehen, und zwar für Minuten. Das ist ungewöhnlich für das moderne Verkehrsleitsystem. Dann bekommt er die Erklärung und die weiche, sonore Frauenstimme des Bordcomputers begründet zeitgleich den außerplanmäßigen Halt. Ein ziemlich langer Konvoi von Diplomatenlimousinen fährt in Begleitung von wuchtigen Polizei-Elektro-Zweirädern die Frankfurter Allee statt auswärts. Die seltsame, gefühlt endlose, gleitende Polonaise hält den Verkehr gut sieben bis acht Minuten auf, bevor es normal weitergeht. Immerhin hat der Unterbruch die unproduktiven Gedanken und die prämierenden Gefühle verscheucht, und Paul wünscht sich von der Frauenstimme ein paar alte Elektro-Klassiker aus den legendären Zeiten, als Berlin noch Deutschlands Hauptstadt war. Tegel ist immer noch Festland Europas coolster Vintage-Flughafen, lässig, wie das Taxi-Shuttle ins Innere des architektonischen Doppel-6-X einfährt, mit diesem bounzigen Beat von West-Bam. Aber da offenbart sich ihm schon wieder die nächste ungewöhnliche Situation. Viel zu viele Menschen. Auch im Außenbereich. Chaos an den Taxi-Abfahrstationen. Sogar eine aggressive Schubserei ist zu beobachten. Der ganze Flughafen scheint aus den Nähten zu platzen. Paul hält sein rechtes Handgelenk mit dem Implantat ans bezahltes Play, worauf sich die sympathische Frauenstimme sympathisch bedankt und sich freundlich verabschiedet. Die Schiebetür öffnet sich, wie von Geisterhand, ebenso das rückwärtige Fach für Pauls Handgepäck-Rollkoffer. Mit diesem kämpft er sich durch das Menschengetümmel und sucht sein Eincheck-Terminal. Schnell erfasst er, informiert durch Gesprächsfetzen und die eine oder andere Beruhigung erzeugen sollende Lautsprecherdurchsage, dass es schwerwiegende Probleme mit der Flugkoordination gäbe. Anscheinend sind Rechner abgestürzt und Satellitenkontakte abgebrochen. White 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 Blue Band Schnell OF